Okay, eine Blume haben wir nicht. Okay. Ach nee, wieder nix. Hab mir schon gedacht, das Level könnte ein bisschen schwierig werden. 16 nur. Ich wollte doch ein paar rote Münzen auslassen. Aber ich war zu faul heute. Nachsicht. Okay, Boss Time, das schaffen wir auch noch. Nebulos Schloss. Mit dem lila Yoshi wieder. Und heißer Lava, ach komm. Bopperla. Machen wir es uns gemütlich. Ich dachte mir, dass da rote Münzen sind. Ab. Okay, da wäre jetzt nichts Bestimmtes drin gewesen. Wie viel Eier habe ich denn noch? Au, eins nur noch. Äh. Jetzt hat er. Nein. Kommt der? Nein, er kommt nicht. Okay, doch, er kommt. Oh, jetzt bin ich weggesprungen. Okay. Egal, jetzt auf die rote Münze. Seine überhaupt warm. Aber ich denke mal, ja. Vielleicht fährt ja das Teil wieder zurück mit mir. Das ist nichts Rotes. Überhaupt nichts Rotes. Das ist schade. Fährt es halt wieder zurück mit mir? Nein, fährt es nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen abpassen. Das Teil fährt nämlich runter mit mir. Und wir haben unseren Sternen-Greis durchbrochen. Den ersten. Oh, wei. Ich habe ja gar keine Eier. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Jawohl, so wollte ich das. Okay, da oben ja auch noch so einer. Hoppala, ja, lass mich runter. Lass mich runter. Aber schon zu weit oben fast das Ganze. Ach, ja. Sie wenigstens zwei Eier haben. Okay. Sehr schön. Na, mit Highspeed wieder durch die Bahn. Besser als die Deutsche Bahn. Gehen wir mal oben lang. Okay. War jetzt nicht nur das zu holen, oder wie? Okay. Schauen wir mal, ob ich da nochmal rein kann. Also bestimmt aber, ob ich da nochmal zwei Eier kriege. Das ist die Frage. Kriege ich? Hoppala. Die Wolke ist auch wieder da. Ich probiere jetzt halt schnell aus, ob ich jetzt halt auch was anderes gekriegt hätte. Noch rote Münzen. Wenn ich eh schon mal völlig eine ausgelassen habe. Einfach mal geradeaus fahren. Naja. Aha. So hätten wir es auch machen können. Okay. Ob ich das noch zurück schaffe? Ja, ich schaffe das. Das ist ja ganz gut. Ganz easy. Okay. Alles, alles klar. Da hätte ich jetzt gerne die Lupe aktiviert. Aber das lasse ich jetzt einfach. Okay. Darf ich bloß hier nicht irgendwie runterfallen? Okay. Ha. Ha, ha, ha. Das ist schön. Nicht so weit runter. Unten sind Stacheln, ja? Deswegen habe ich so Angst. Okay. Okay. Da muss man sich ein bisschen aufhalten hier. Jetzt möchte ich mal ein bisschen runter. Jawohl. Ha. Und nochmal so ein bisschen schräg runter. Oh Gott. Das war es, glaube ich, oder? Okay. Okay. Okay, das war es wahrscheinlich. Ja. Wo ist dann hier das Ziel? Ah ja. Ah, mal geschafft. Oh, wir sind wieder in zu einer Pipeline. Okay, was gibt es denn da Schönes zu entdecken? Oh. Oh. Das hier. Okay. Das ist interessant. Das war jetzt gerade schlecht. Oh. Ah. Aber ich weiß nicht, da mit der Bomben schmeißen. Aber ärgerlich. Ich konnte nicht auf alles jetzt achten. Noiz. Hoppala. Sie sind gefährlich. Warum, mein Freund? Warum? Warum? Aha. Hihi. Komm durch. Oh, das ist nicht so gut. Hoppala. Rüberfliegen kann ich. Oh, Mann. Die brauche ich hier. Ah, ich habe doch noch genügend. Ah ja, okay. Ja, das geht doch. Wunderbar. Einmal mal ein bisschen weggehen. Detoniert eh fast vor mir. Wunderbar. Ist ein Schlüssel drin, den brauche ich wohl. Wunderbar. Wow. Jetzt hat es hältig gedacht. Jetzt fliege ich runter. Ist jetzt fast schon im Rhin. Hoppala. Ah. Ich wusste, dass er mich jetzt not raft. Oh, mein Gott. Bin ja genau reingelaufen. Sehr schön. Hier haben wir ein bisschen Platz. Nein. Na gut. Andere Seite. Okay. Wir gehen einfach jetzt. Nein. Nein, doch. Nein, doch. Leut, ihr findet. Okay. Hier geht es wahrscheinlich raus. Eine rote Münze, oder? Schäbig. Doch nix. Na. Ich habe mich geduckt. Ja. Hey. Ich gucke mich. Hier sind wir, der wartet, dass ein Gegner rauskommt. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Haben wir Glück gehabt hier. Sehr schön. Bereit geschafft. Nochmal so ein Tunnel. Ah, ja. Dafür habe ich das gebraucht. Okay. Jetzt muss ich hier rauf. Verzweigt sich das? Ah. Schön. Kann ich endlich wieder brauchen. Einiges verloren. Was ist da unten? Eine Tür. Ich gehe da mal zuerst rein. Das ist so dämlich. Jetzt komm, nimm ihn eigentlich mal. Perfekt. Aber das nicht, dass die Blume zu weit oben liegt. Oder schwebt. Gut. Sag ich. Passt schon. Da kommen wieder Gegner raus. Ich dachte es mir schon. Jo. Ein kleines Abendbrot, würde ich sagen. Oh, ich ist ein Feiertag. Ja. Tag der Arbeit. Ich bin zu gut gesprungen. Sagen wir mal so. Zu hoch. Tja. Gut. Perfekt. Diesmal besser. Diesmal wusste ich auch, dass diese Gegner kommen. Und noch mal. Zwei rote Münzen. Also. Feiertag. Morgen. Ich habe ein bisschen später auch anfangen mit der Arbeit. Ich habe mir gedacht. Oh. Heute kann ich auf jeden Fall schön aufnehmen. Soll ich es sonst machen? Nein. Macht mir ja alles Spaß. Mein Gott. Also wirklich. Da in den Tod zu springen. Joshi ist lebensmüde. Jetzt weiß ich das. Ja. Ich bin da schon sehr angespannt. Ah. Nochmal. Na komm. Irgendwie. Jetzt schon ein bisschen mehr höher gehen da. Mensch. Okay. Gott sei Dank kriegen wir hier die Eier. Dann können wir da auch ein bisschen was verschießen. Dann verschießen wir einfach großzügig. Das liebe ich. Nein. Boah. Okay. Mal kurz runter. Besser kann es nicht gehen. Laufen. Schau mal. Ob ich das Eichen hier diese Münze noch kriege. Und. Jetzt sehe ich gerade. Dass da jemand rauskommt. Puh. Okay. Perfekt. Dann kommen wir halt. Ja. Okay. Das ist hier nicht so einfach. Weil ja sehr viele Gegner sind. Dann nehmen wir das hier mal. Das sind viele tot dann. Viele solche komischen. Äh. Räuber. Den zum Beispiel. Ich habe genug davon. kann ich völlig brauchen, ja. Schauen wir uns an. Wie schaut es denn aus? Nein. Du hast uns das Baby gestohlen. Okay. Wir müssen jetzt. Ach. Da ist nur eine Münze drin. Okay. Schauen, dass wir irgendwo hier einen Schlüssel finden. Und der ist irgendwo. Irgendwo versteckt. Währenddessen machen uns diese Banditen das Leben schwer. Hoppla. Ist nicht so leicht. Hoppla. Okay. Hat jetzt nichts gebracht. Machen wir nochmal. Dann verwende ich das gerne hier. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes. Na ja gut. Oh, da ist der Schlüssel. Da ist er. Oh, jetzt ist er wieder ein Band. Jetzt sind sie wieder Banditen. Nein. Oh, jetzt- Mun. . . . . . . Bis zum nächsten Mal.